Also falls du mich hörst, ich versuche, zu dem gelben Gebiet zu kommen. Falls du wachen siehst, sag Bescheid. Kann man doch sicherlich irgendwie markieren oder so. Oh nein, wiederbeleben. Danke. Vielen Dank, vielleicht scharfschützen. Oh, ich sehe schon, du bist ein bisschen höherrangig. Alles klar. Dann mach die Ansagen. Es gehört dem Aufseher. Sicher hat er den Schlüssel bei sich. Alter. Das ist ein bisschen hilfe, das wäre ganz nett. Kurz die Tür nochmal. Ja, das ist normal im Gewehr. Ja, sehr gut. Alles klar. So ein Meister bist du also. Gute Ausbildung. Gut Ausbildung. Oh, ich habe keine Medizin mehr. So ein Schieb. Dottore. Ja, gibt's nicht. So, jetzt müssen wir das Notatik holen. Alles klar. Ja, cool. Die Leute haben immer gesagt, das funktioniert eigentlich so schlecht. Das ging ja flüssig. Aber gut, das Spiel ist jetzt auch schon seit einem Jahr draußen. Mein alter Erdfeilfenster. Hier nicht. Adleroge. Wo ist es? Ach so, eine Etage tiefer. Blündern, vielleicht hat er Medizin. Oh, das ist eine Idee. Kann man keine Ideen haben. Sorry, ich blündere eben. Weil mit so Leben bin ich drin wie Kuchenbläck. Alter, so. Und einen Rosenkranz. Super. Super. Ah. Medizin. Okay. Okay, können wir eigentlich verschwinden, oder? Und jetzt wird's lustig. Jetzt retten wir Patton. Ach so. Ich kann nur mal unter der Ordnung halber sagen, ich wollte eigentlich ein Schnitzel-Scharf spielen. Ich glaube, das ver-kack ich momentan. Dann muss ich das doch nicht. So, sehr gut. Und dann, und dann, und dann. Ja, genau. Dass ich nochmal Medizin ausfischen kann. Fünf Medizin ist zu wenig. Ich muss gucken, dass ich größere Beutel bekomme. Dann haben wir hier rein. Ich weiß nicht. Okay. Keine Medizin dabei. Ich glaube nicht, dass ich nach unten will. Das sind aber auch teilweise echt Labyrinth hier. Ich will hier raus. Frau Pummel, wo ist sie wieder raus? Sie haben eine Ablenkung, aber es gibt sehr viele Templer hier. Schaltet sie erst mal aus. Okay, drei Templer töten. Ja, was findest du dann? Raus, wenn du das Templer hast. Okay, die müssen noch böldig sein. Hm. Ich glaube, ich muss mal Gemeinschaftssinn-Skill. Das ist glaube ich ganz nett. Weil dann kann ich auch das sehen, was ein anderer sehen kann. Ach so, Templer töten dahinten, okay. I'm on my way. Ach klar. Eine Medizin, das ist schrecklich. Aber wenn die dahinten sind, was ist das denn? Du solltest einen Typen befragen. Ja. Aber wenn ich da hinten unterwegs bin, dann kann ich nur noch da rein. Der ist dahinten. Ach so. Du hast doch erst das Notizbuch gesucht. Hat er für lauter Spielen gar nicht gut gekriegt, dass er zackt. Ja, ist wirklich so. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Und da mach ich auch keinen Hehl draus. Einer der Gründe, warum ich halt nicht der beste Multiplayer-Genosse bin, weil ich halt sehr stark auf nicht bezogen bin und mal die Umgebung gerne ignorier. Aber ich komme jetzt schon gleich da. Ah, jetzt. Aha. Dieses Mal. Ok. Das ist noch Gold. Ich glaube den solltest du bescheiden. Ach so. Ah. Das macht langsam alle Sinn. Ja, aber die können doch nicht Gold waschen und immer töten! Der Typ steht da mit gefesselten Händen. Ja? Ja. Natürlich. Das ist Paris. Die Hansmann das alles oder schon anders. Kein Fenster ausscheißen? Nie. Aber... Jetzt habt bitte Medizin. So. Was müssen wir jetzt noch machen? Die haben noch beiden Templer töten. Nein. NAH! Medizin! Ich liebe diese Klinge. Hä? Diese Spannung ist da? Was? Der... Der... Das hier... Ähm... TeamSpeak. Da... Ja. 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 Das ist ziemlich cool hier mit einem anderen so rumzurennen. Paton ist der Nächste. Ihr müsst euch beeilen. Einen Moment! Uff! Ab innen! So ist keiner mehr da, der ihn hängen könnte. Ich weiß nicht. Wo läuft's denn jetzt hin? Innerhalb des grünen Kreises suche ich. Ach so. Ab und zu weiß ich doch, was ich tue. Hier kommt die Ablenkung. Haltet euch bereit, Paton daraus zu holen. Wow! Sieht aus, als würde Paton entkommen. Nutzt euer Adlerauge, um ihn vor den Templern zu finden. Da bist du ja! Wo ist er? Ach so. Setz dir die Hose reparieren! Ich hole ihn hier! Komm her! Ich will dich! Ach so. Ach so. Du könntest die Kunstammlung dran gehen! Ok, auf, weisch! Ach, ach. Ach, ach. Ach. Zum Glück wenn wir in die Zeit haben. Der hat Tom muss sich hier irgendwo verstecken. Ja, mit 4 Mann könnte man die Gegend auch richtig schnell... Aber schön, dass es überall so alle auch Dinger gibt. Wie? Na ja, vorhin hat der Boden was so golden geleuchtet, jetzt hier an der Wand. Achso, ja. Ob die Hacker hier das von dem aus Hotbox genommen haben? Ja, ich glaube ja, das sind Rebecca und Sean, die sich da reingehängt haben. Die man ja schon aus den alten Teilen kennt. Ich finde es gut, dass die Story weitergeht, auch ohne Desmond. Ja, Desmond war ja mehr geplant, aber irgendwie haben sie es verrafft. Oh, wo bist du? War was passiert? Ich bin unterwegs. Hier bist du ja. Oh, was ist das? Ich bin unterwegs. Ich finde es. Es gibt kein Entkommen. Oh, es ist ja nicht ein ganzer orientiert. Wie ist das denn da noch das? Das ist ja der alten Kieper, die wir in Kiebel stammen, zur Seite beschäftigt haben. Ja. Ich bin nachgeladen, vor allem. Oh mein Gott! Komm, du musst dich doch treffen. Dadurch treffe ich ihn tatsächlich. Halt! Wer sich uns entgegenstellt, stürm! Du bist falsch, Kerl! Ich dachte, du würdest nach Hause zu Mama laufen. Aber der hat... Ich bin... Boah! Ist das klar? Und mit Credo... Wie man die genau ausgibt, weiß ich noch nicht, aber das ergibt sich auch noch. Ah! Wie lange kriegen wir mit den Tieren zusammen? Achso, ah! Da scheint sich jemand auszukennen, das ist sehr nützlich. Mich gated schon offiziell als Assassiner, weil es ausgebildet kann man nicht mehr als fortgeschrittener Gehilfe. Ja! Und dann haben wir hier einen Veteran oder so. Nice one! Kann der hier unten sein? Nee! Oh, sprech ihn da! Ich hab ihn! Doch, er ist unten! Ja, ich hab ihn! Ja, ich hab ihn! Guck her, ich will dich! Da! Hat er Abkirzung genommen! Nun, was kann ich für euch tun? Raton ist den Assassinen beigetreten. Schöne Rettung! Huh! Handgemachte Mitte, als ich hier gehört in der Tür. Nice! Die Wand der Beube! Schön! Vielen Dank für das Spiel! Kannst mir mal das Wasser reichen? Natürlich! Dir jederzeit! Höhö! So, und jetzt bin ich auch wieder... Ah, sehr schön! Äh, ja! Cool! Das war jetzt völlig unerwartet, die Folter eigentlich nicht fast anders ist, aber... Was? Was ist die Hand? Warum? Ja, es war auch das Angepflegene, dass wir auf einmal das durchgebracht haben. Das ist das halbe Problem in der Mitte! Ja! Ja! Das sind Polis hier! Ja! Die sind halt schon heftig, die Hauptmänner! Na! Ja! Ja, wie gesagt, ich mache jetzt noch die... Die, die, die... Mysteriöse Mordfall... Mission! Mysteriöse Mordfall-Mission! Mysteriöse Mordfall-Mission! Mysteriöse Mordfall-Mission! Und dann... Äh... Gehe ich... Als Einzel-Scream erstmal off... Und ich gucke dann weiter... Und wie gesagt, in Zukunft werden die Dinger halt wirklich so... Wie Laber-Vlog vielleicht... Wenn mir irgendwas cooles, witziges, interessantes... Oder irgendwas... Auf der Zunge liegt, dann lass es einfach mal raus! Was tragen die da? Einen Typen? Was stimmt mit euch denn nicht? Was stimmt mit euch denn nicht? Ja, er hat wohl zu tiefes Glas oder in die Guillotine geschaut? Nein, der Kopf war noch dran! Achso! Vielleicht hieß er auch nicht zu Guillotine! Was ist eine Freude, euch heute hier zu treffen? Er sagte, meine Fresse, was hat das Kopfschmeiß? Der Henke sagte, kein Problem, ich kenn' daran! Ja, ja! Die Guillotine galt als das netteste Mordinstrument, weil sich da noch niemand jemand darüber beschwert hat, dass es will tut! Weil die noch nie genau hingeguckt haben und gemerkt haben, dass der Kopf noch drei Minuten lebt! Ja! Na, aber das war die offizielle Erklärung, fand ich sehr sehr cool! Oh ja, da ist ein Mann! Alter, da muss ich mal richtig oft tanken! Habe ich die 5.000 je zusammengekommen? Aber ich glaube, potenziell ist es wirklich noch die humanste Methode! Mein, na, hä? Habe ich jetzt hier doch nochmal? Achso, dadurch habe ich die mich schon komplett abgebrochen! Okay! Mönche waren mir immer schon unheimlich! Abgeschottet in riesigen Gebäuden! Ja! Ja! Immer mit nicht die Leute durch! Ja, genau! Das war's nämlich! Wir waren mit Mönchen unterwegs! Genau!